Also die Rechtsradikalen sollten wir in die Wüste schicken und die Rechtsradikalen sollen die Linksautonomen, die Linksradikalen gerade mit in die Wüste nehmen. Am besten das Alibazer. Sie sollen dort einfach getursten, dann ziehen wir es dann auch langsam endlich los. Denn auch die Radikalen machen immer nur Sachbeschädigungen, Einbruch, Diebstahl, Drogenhandel und einfach Misswirtschaft im Allgemeinen. Darum sollten wir Linksautonomen und Neonazis irgendwie in die Sahara schicken. Oder sie sollten gerade auf Afghanistan gehen. Dort wären sie gut aufgehoben mit den Taliban zusammen. Und dann schicken wir einfach mal ein paar Raketen überschicken. Und dann haben wir jetzt Taliban, IS-Terroristen, Links-Extreme, Rechts-Extreme, auch gerade irgendwie. Und nehmen ein paar Raketen in die Luft gejagt und dann hätten wir endlich Ruhe da. Und wenn das